Diese Behauptung, der IS habe mit dem Islam und habe mit Mohammed nichts zu tun, ist nicht nur irreführend, sondern auch gefährlich. Denn nichts macht der IS, was Mohammed nicht getan hatte. Ob Versklavung, ob Enthauptung von Kriegsgefangenen, ob Eroberungskriege. Mohammed wurde nie in Frage gestellt von Muslimen. Er wird immer überhöht und mystifiziert. Als die Koranpassagen noch friedlich und poetisch waren, war kein Erfolg da. Der Erfolg kam erst mit dem Schwert. Das ist eine Tatsache, die mit der Geschichte des Islam verbunden ist. Erst unter dem Schatten des Schwertes kam es zum Durchbruch und hat Mohammed genau diese Anerkennung bekommen. Wer den Koran für den Frieden einsetzt, darf sich nicht beschweren, wenn die Fundamentalisten ihn für den Krieg einsetzen.